Was geht ab meine lieben Freunde, JuriTV hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem dritten und letzten Teil unserer How-To-Zoodiak Tri-Brigade Series und ihr wisst mit Sicherheit was es bedeutet, es ist mal wieder Gameplay-Time. Ich habe einige Replays aus Project Ignis für euch vorbereitet, die wir uns gleich gemeinsam anschauen werden und ich würde mal sagen ohne viel Zeit zu verlieren, lasst uns direkt loslegen. So und unser erstes Match hatten wir gegen die Adam Ancipator Prank Kids. Wir fangen das Ganze an und unsere Hand sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben jetzt hier im Prinzip Full Combo, wir haben einmal den Red Peer und einmal Star Brigade Nawal. Beginnen wir das Ganze natürlich mit unserem Zoodiak Red Peer, das heißt wir können da noch ein Monster millen und dann haben wir eben unsere Full Combo, wir gehen dann eben in Chaknein, können das Monster wiederbeleben, können dann in unseren Trident gehen und unseren Monster dann zerstören und dadurch eben unsere Chaknein wiederbeleben, machen dann den Tigermörder und können dann Material eben auf unsere Chaknein nochmal drauflegen, so dass wir dann am Ende im Endeffekt drei Monster haben. Linken dann zwei unserer Zoodiak Monster weg für die Ferret, können dann unseren Star Brigade Nawal beschwören durch ihren Effekt, aktivieren den Effekt von Star Brigade Nawal, verband zwei Monster und können dann unseren alten Krieger schwören Drachenlords beschwören. Linken dann unsere Ferret und unseren Nawal eben in unser Zimorg, setzen dann noch eine Karte verdeckt und gehen in die Endphase, in der Endphase aktiviert sich dann der Effekt von unserem Zimorg und wir können die Barriere-Statue der Stromwinde beschwören. Allerdings habe ich jetzt an der Stelle einen kleinen Fehler gemacht, ich hätte natürlich die Statue in eine Zone beschwören, auf die unser Link Monster zeigt, dann könnte man sie auch nicht mehr impermanenzen. Ansonsten ja, wir haben ja hier eine Interruption durch unsere alten Krieger Drachenlords, das heißt, wenn der Gegner jetzt versucht, die Barriere-Statue zu überrennen, können wir ganz einfach sein Monster zurück auf die Hand bouncen. Ja, wir beschwören dann unseren Rasse-Klinge, gehen dann mit unseren Monstern in die Battlephase, greifen dann direkt das Monster an, unser Zimorg kann dann das Monster zerstören und dann greifen wir nochmal direkt für 1600 Lebenspunkte und ja, an der Stelle gibt es eigentlich für den Gegner keinen Ausweg mehr. Er beschwört seine Steinies, will über unsere Statue draufrennen und aktiviere ich eben den Effekt von unserem alten Kriegemonster, lege meinen Trident auf den Friedhof und bount sein Monster zurück auf die Hand und an der Stelle gibt er dann auf. So, und unser nächstes Match hatten wir dann gegen das Strangling-Deck. An der Stelle fängt der Gegner aber an, denn wir haben hier Schere Sternpapier verloren. Aber ja, wie gesagt, unser Deck ist eigentlich auch auf Going Second relativ gut vorbereitet, denn wir haben ja Karten wie Alpha, der Bestienmeister und wie ihr seht, haben wir jetzt auch bereits einen auf die Hand bekommen, weil Alpha, ja, Going Second ist natürlich eine Insane Karte, man kann ihn specialen, eine Karte des Gegners zurück auf die Hand bouncen und dann kann man ihn eben noch einmal specialen und dann mit dem auch noch über einen Monster drüber rennen. Das Coole ist auch noch, seine Sammenbedingungen ist nicht Once per Turn, das heißt, wenn man da jetzt mehrere Monster auf der Hand hat, kann man dann eben nochmal einen weiteren Alpha specialen und dann eben nochmal mit beiden Monstern angreifen. Ja, der Drangling-Spieler macht jetzt hier sein übliches Board, beschwört jetzt hier nochmal den Chaos Ruler, kann dann eben die fünf obersten Karten aus seinem Deck excavaten, sich dann eben die Schlange zurück auf die Hand adden und die anderen vier Karten eben millen, beschwört dann eben nochmal seinen Elpi, durch den Effekt von Romulus beschwört er nochmal seinen Rocket Monster, dann beschwört, äh, dann aktiviert er noch seine Zauberkarte und kann eben die Position von seinem Monster verschieben, sodass er nun den Effekt von Elpi aktivieren kann und dadurch eben diesen rotäugigen Metalldrachen beschwören. Durch den Effekt von einem rotäugigen Metalldrachen kann er eben nochmal ein weiteres Monster auf das Feld bringen und mit den beiden Monstern kann er dann eben den Borrow Savage Drachen machen, aktiviert seinen Effekt, kann eben mit dem Striker Dragon ausrüsten, sodass der jetzt auch noch einen Negate hat und dann lenkt er nochmal seine drei Monster weg, um den Borrow Sword Dragon zu beschwören. Für mich ein etwas fragwürdiger Move, ich glaube, naja, Apolluso oder so war jetzt an der Stelle wesentlich besser. Mit dem Borrow Sword kann er eigentlich nichts machen. Ja, wir haben jetzt hier nochmal einen zweiten Alpha nachgezogen, das Ganze ist eigentlich ziemlich geil. Wir specialen unseren Alpha und aktivieren seinen Effekt. Das Ganze natürlich um seinen Negate zu beten. Der Effekt wird natürlich auch annulliert. Wir können aber nochmal einen weiteren Alpha specialen und dann auch nochmal unseren Zoodia Grambock beschwören. Machen dann Xyz Beschwörungen in unseren Hammerkong und noch einmal in unseren Trident. Aktivieren den Effekt von Trident, dann hängen Material ab und wählen dann seinen Borrow Sword Drachen als Ziel. Daraufhin kettet er den Effekt von seinem Borrow Sword und switcht unser Monster in Verteidigungsmodus, sodass wir dann nicht mehr angreifen können. Und aktiviert noch den Effekt von seinem Omni-Drachen Brota und ja, sich dann nochmal eine neue Karte zu ziehen. Wir gehen in die Battle Phase, greifen mit unserem Trident seinen Brota an, mit unserem Alpha seinen roterigen Metalldrachen. Gehen dann in die Main Phase 2, linken unsere beiden Monster weg, um die Ferret zu beschwören. Aktivieren den Effekt und können dadurch eben den Star Brigade Nawal specialen. Nutzen den Effekt von Nawal, verbanden zwei unsere Monster aus dem Spiel, um unser alte Krieger Drachenlords zu beschwören. Linken dann unsere beiden Monster weg für den Zimorg Link und aktivieren den Effekt von unserem alten Kriegermonster und können dadurch eben seinen Borrow Sword Savage Drachen zurück ins Extra Deck bouncen. Legen eine Karte verdeckt und gehen dann in die End Phase. In der End Phase aktiviert der Effekt von unserem Zimorg Link und wir können eben die Windbarriere Statue beschwören und er kettet daraufhin nochmal den Effekt von Drachenmädchen aufräumen an. Ja, wir beschwören unsere Windstatue und ja, dann ist der wieder dran. In seiner Draw Phase aktivieren wir den Effekt von unserem Trident, um sein letztes Monster zu beschwören. Nun ist er im Prinzip schutzlos. Wir haben nochmal eine Interruption in Form von unserem alten Kriegermonster, das heißt wir können sein Monster bouncen und ohne dass der Special kann, wird er jetzt an der Stelle vermutlich nicht mehr weit kommen. Und ja, genau so sieht es dann aus. Er sieht es ein und gibt dann auf. So, und unser nächstes Match haben wir gegen die Addict Nister. Wir beginnen das Ganze mit unserem Fraktal, aktivieren seinen Effekt und können unser Kit vom Deck in Grave kicken. Dadurch aktiviert sich der Effekt von Kit und wir können ein weiteres Monster von unserem Deck in Grave kicken. Dann nehmen wir natürlich den Nawal und dadurch können wir eben nochmal ein Star-Begarde-Monster von unserem Deck zurück auf die Hand holen. Wie ihr seht, haben wir jetzt auf die Weise ganz einfach drei Monster in unserem Grave bekommen. Als nächstes machen wir dann weiter, indem wir unseren Zoodiak Rasseklinge beschwören. Zusammen mit Ramram in unserer Hand ist das im Prinzip unsere Full-Combo. Das heißt, wir können den Effekt von unserer Rasseklinge aktivieren, Ramram abwerfen und eine Karte nachziehen. Und dann nehmen wir eben unseren Ramram im Grave und können eben unsere ganz normale, wie gesagt, jetzt mal Full-Combo durchziehen. Das heißt, wir haben jetzt mal wieder unsere drei Xyz-Zoodiak-Monster auf dem Feld, eben unseren Tigermörser, die Chakernine und dann den Trident. Machen das Ganze weiter, indem wir unsere beiden Monster weglinken, um die Ferre zu beschwören, aktivieren wie üblich ihren Effekt und können uns dadurch unseren Keras auf das Feldspezial beschwören. Nutzen den Effekt von Keras, um eben unser Simog-Link hier zu beschwören an der Stelle, weil wir haben ja jetzt kein geflügeltes Ungeheuer-Monster. Ansonsten würden wir ganz normal unsere alte Kriegermonster beschwören. Ja, und in der Endphase aktiviert sich der Effekt von unserem Vogel und wir können uns eben die Windbarriere-Statue des Sturmwindes auf das Feld beschwören. Aber ja, wie ihr seht, hat das Ganze natürlich nicht wirklich viel gebracht, denn unser Gegner hat eben Dark Ruler auf der Hand. Ja, Etegnister ist jetzt ein Deck, welches in unserem nächsten Core-Side eben Lightning Overdrive eine ganze Menge Support bekommt und ich glaube, dann wird das Deck auch ja, ziemlich spielbar. Eben dieses Link-1-Monster, welches dann uns haben, ähnlich wie Salamon Great Bailings, eben die Fieldsbar sucht und die Fieldsbar ist ja auch ein relativ wichtiges Piece in der Strategie. Das heißt, ja, unter Dark Ruler kann er natürlich unser Bot problemlos hier brechen, denn die Windbarriere-Statue ist jetzt seit jeher hier nicht aktiv und er kann hier Monster spammen ohne Ende. Genau, das macht er ja auch. Der aktiviert nochmal eben, ja, jetzt holt er eben seinen Link-3-Monster, aktiviert immer mal wieder den Effekt von seinem Egnister Island, hat jetzt ein Link-3-Monster und zwei Monster auf dem Feld, hat jetzt nochmal den Wind-Pegasus hier beschwören. Den Wind-Pegasus finde ich hier allerdings wieder zu booken, eben mit meinem Book of Moon. Dann macht er nochmal ein Overlay in seinen Egnister-Trach und aktiviert seinen Effekt, hängt ein Material ab, um eben meine beiden Monster zu zerstören. Aktiviert dann nochmal seine Zauberkarte, jetzt muss er ein Monster aus dem Extra-Deck revealen und dann kann er eben ein Monster aus seinem Deck mit der gleichen Eigenschaft auf die Hand holen und falls er das revealte Monster eben nicht bis zum Ende des Spielzuges beschworen hat, wird er in der Endphase eben Lebenspunkte in Höhe der Angriffspunkte verlieren. Er geht dann in die Battle-Phase und kann mein Feld dann komplett räumen. Ende seiner Battle-Phase aktiviere ich dann noch einmal mein Metaversum und kann dann dadurch eben die Mystische Miele spielen. Ja, eben weil er sein Monster nicht beschworen hat, verliert auch nochmal 2300 Lebenspunkte in der Endphase und ich bin dran und wir haben hier auch einen Zoodiak-Monster auf der Hand, das heißt im Prinzip habe ich hier, ja, ich würde jetzt sagen eine weitere Full-Combo, aber ja, ein ziemlich starkes Out gegen sein Board. Ich kann eben meinen Zoodiak-Monster beschwören, daraufhin eben den Borobow bauen, dann in die Battle-Phase gehen und ihn direkt angreifen, jetzt hat ein Xyz-Monster gekämmt und ich kann dann eben meinen Zeus bauen und dann nutze ich auch gleich seinen Effekt. und zerstöre das ganze Feld inklusive Mine, das heißt, ja, wie ich schon in meinem Combo-Tutorial erwähnt habe, wir verstecken uns hier nicht hinter der Mine, sondern wir benutzen sie lediglich, ja, eine Art Dark Ruler, um die Effekte des Gegners zu annullieren, dann eben mit unserem Borobow direkt anzugreifen und dann das ganze Feld zu räumen. Ja, der Gegner ist wieder dran, der hat jetzt mal wieder sein E-Island aktiviert, hat jetzt hier noch einmal seine Splash Mage beschworen, die Karte klickte jetzt den Ghost from the Past, endlich ein Holo-Upgrade, darauf räume ich eigentlich, ja, ganz besonders, der aktiviert den Effekt von Splash Mage und kann jetzt ihm sein Bers-Monster von seinem Friedhof in Verteidigungsposition wiederbeleben. Dann aktiviert noch seine Zauberkarte, die jetzt ähnlich wie Wiedergeburt funktioniert und so kann er jetzt nun seinen Boss-Monster beschwören, nämlich die Ankunft des Attack Nisters, wenn ich mich nicht irre, das ist ja das einzige Link-Sex-Monster bis jetzt im Spiel und mit dem kann er mich dann direkt angreifen für 3000 Angriffspunkte. Geht dann in die Endphase, ja, und beendet seinen Zug. Wir sind dran, wir haben ja unseren Alpha noch, das ist, wir können Alpha-Special und dann auch noch Fraktal beschwören, aktivieren den Effekt von Fraktal, verbanden an der Stelle vier Monster, um unseren Shuraik zu beschwören, nutzen den Effekt von Shuraik und können dann eben die Field Spur verbannen, gehen in die Battle Phase, allerdings trägt er dann den Grave-Effekt von seiner Zauberkarte, von dem habe ich jetzt leider gar nichts gewusst und so kann er eben seine Field Spur wieder recyceln. Als nächstes trägt er noch den Effekt von Wind Pegasus Ategnista, kann er aus dem Spiel verbannen und dann eben meinen Shuraik wieder zurück ins Deckline schaffeln. Wir crashen noch mit unserem Alpha in seinen Arrival Ategnista an und in der Endphase aktivieren wir noch den Effekt von Fraktal, um ihn vom Feld zu räumen und unser Grave weiter zu füllen und eben uns einen weiteren Fraktal zurück auf die Hand zu holen, sodass wir eben in der nächsten Runde nochmal Follower Plays haben. Ja, er beschwört nochmal seinen Achichi Ategnista, aktiviert seinen Effekt und kann sich dadurch den Picard Ategnista zurück auf die Hand holen, spielt erneut seine Spielfeld-Zauberkarte, linkt an seine beiden Monster weg, um die IP Mascarena zu beschwören, dadurch wird eben der Effekt von AI Island aktiviert und er kann seinen Picard specialen, nutzt den Effekt von Picard und kann sich eine Ategnista-Zauberkarte wieder vom Deck auf die Hand holen, spielt die Zauberkarte auch gleich aus und wie gesagt, das Ganze funktioniert eben wie eine Wiedergeburt und er kann seinen Link 6 Monster wie so auch immer an der Stelle wiederbeleben, nutzt seinen Effekt, zerstört die Mascarena, um einen Token zu erschaffen, linkt an seine drei Monster weg für den Phönix-Ategnista, geht mit dem Monster dann in die Battle Phase, greift mich für 2300 Lebenspunkte an und wechselt anschließend in die End Phase, wir sind wieder an der Reihe und ja, wir haben jetzt hier einmal Whiptail einmal unseren Fraktal, den Fraktal beschwören wir gleich als Normalbeschwörung und nutzen auch gleich seinen Effekt, das heißt, wir können erneut unsere vier Monster verbannen und dann eben den Shoraic beschwören, den hat er letzte Runde zurück in unser Extralake reingeschaffelt, das heißt, wir können jetzt ganz normal erneut nutzen, benutzen seinen Effekt, um seinen Monster zum Spiel zu verbannen, gehen in die Battle Phase und haben somit mehr als genug Power, um das Spiel an der Stelle für uns zu entscheiden. So und unser letztes Match für heute haben wir gegen die Shadow Dogmatica, an der Stelle fängt der Gegner an und benutzt als erstes eben seinen Topf des Wohlstandes, kann dann drei Karten aus einem Extralake verbanden und dann eben das ganze eher wie ein Port of Duality nutzen, hat jetzt hier in seiner DIN-Server drangezogen, aktiviert die Karte auch gleich, kann eben sein Abcalone auf den Friedhof abwerfen und sich dadurch eben Shadow Schisma suchen, wirft dann auch noch mal Squamata ab, kann dadurch den Effekt von Squamata triggern und dann eben eine weitere Shadow Karte von seinem Deck in Grave millen, das heißt, jetzt hat er nochmal Wendy gemillt und kann sich eben ein Schattenpuppenmonster von seinem Deck in die verdeckte oder offene Verteidigungsposition setzen, er entscheidet sich an der Stelle für das Shadow Beast, beschwört dann seine Ecclesia als Normalbeschwörung, triggert den Effekt und kann sich dadurch eben Dogmatica Punishment holen, setzt dann noch seine drei Karten verdeckt und geht in die Endphase, wir sind hier dran, unsere Hand sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wir haben einmal Redpeer, das ist ja schon mal eine ganz coole Kombo, wir haben auch nochmal die mystische Mine, ja, wir beginnen das Ganze mit unserem Fraktal, aktivieren seinen Effekt und millen eben unser Kit, das Ganze haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, mit Kit millen wir dann uns Nawal und Nawal sucht uns ein anderes Stabiger, der Monster wieder auf die Hand, machen dann weiter, indem wir unseren Redpeer beschwören, seinen Effekt aktivieren und eben unseren Rumrum millen und aktivieren als nächstes noch den Effekt von Keras, allerdings aktiviert er eben auf unsere Special Sum den Effekt einer seiner verdeckten Karten neben Shadow Schism und kann dann eben Winter beschwören, das heißt wir können jetzt an der Stelle keine weiteren Monster mehr Special, darauf reagieren wir, indem wir eben unsere mystische Mine aktivieren und unseren Port of Everest ausspielen, das heißt wir können jetzt wieder 5 unserer Monster vom Friedhof zurück ins Deck reinschaffen und dann eben 2 Karten ziehen, gehen dann in die Battle Phase und greifen mit unserem Keras und unserem Redpeer seinen Monster an, da unsere beiden Monster eben schwächer sind, verlieren wir unsere beiden Monster, sie werden eben zerstört, allerdings haben wir dadurch jetzt keine Monster mehr auf dem Feld, das heißt es ist dann für ihn relativ schwierig eben an unserer mystischen Mine vorbeizukommen, ohne eben Monster Effekte zu aktivieren und angreifen kann er uns ja auch nicht. Sind wir auch schon wieder an 3, das heißt er konnte jetzt bloß eine Karte setzen, wir aktivieren erneut den Effekt von Fraktal, genau wie in der letzten Runde melden wir eben Kit, Kit meldet uns dann den Nerval und mit Nerval holen wir uns wieder Keras auf die Hand, das Ganze nutzen wir natürlich um unser Grave zu füllen, wir schwören dann unseren Keras als Normalbeschwörung und aktivieren seinen Effekt, verband dann 4 Monster, allerdings lässt das Ganze nicht zu und aktiviert hier seine Impermanence eben um den Effekt von unserem Fraktal zu annullieren, äh den Effekt von unserem Keras zu annullieren. Wir gehen ja trotzdem in die Battleface, crashen noch einmal in seinen Monster rein, kassieren 3 und Lebenspunkte Schaden, allerdings ist unser Feld wieder leer und ja ich habe ja gesagt wir verstecken uns im Normalfall nicht hinter einer Mine, ja aber in dem Fall bleibt uns leider nichts anderes übrig. Ja der Gegner zieht seine Karte, kann nichts machen und übergibt zurück an uns. Wir haben jetzt ein weiteres Zuliac Monster, das heißt wir beschwören jetzt hier den Hammer Kong, äh gehen in die Battleface und greifen da seine Winter an, an der Stelle aktiviert er dann Superpoly, wirft dann Hedgehog als Kosten ab und fusioniert dann seine Eglise und Winter um eben den Construct zu erschaffen. Ja und wir greifen dann trotzdem nochmal sein verdecktes Monster an und aktivieren im Damage Step, nicht im Damage Step, sondern aktivieren auf die Angriff Declaration eben den Effekt von unserem Whiptail, crushen in sein Monster, aber da wir jetzt Whiptail eben an unser Monster angehängt haben, aktiviert sich der Effekt und das Monster wird dann aus dem Spiel entwirrt, gehen dann in die Main Phase 2, nun haben wir mit einem Xyz Monster gekämpft und können endlich dann unseren Zeus beschwören, das heißt wir stacken nochmal so viel Material wie es nur geht, eben so dass unser Zeus den Effekt dreimal aktivieren kann und beschwören dann Zeus mit 6 Materialien, aktivieren dann gleich seinen Effekt, hängen zwei Materialien ab, ja und endlich haben wir auch unsere Mystic Mind entformt, ja wenn dadurch dass sein Construct auf den Friedhof gelegt wird, dreht es einen Effekt und er kann sich das Schism zurück auf die Hand holen, er macht dann weiter und hat jetzt nochmal eine Superpole nachgezogen, aktiviert das erste sein Nadine Servant, wirft dann den Entis ab und kann sich die Gläse auf die Hand holen, der Effekt von Entis wird aktiviert und er kann so unseren Zeus zerstören, das heißt ja, wir haben jetzt einen Haufen Material eigentlich umsonst verschwendet, er macht dann weiter indem er seine Gläse als Normalbeschwörung beschwört und holt sich dann irgendwann mal Dogmanica Punishment, geht in die Battle Phase und greift uns für 1005 Modellierenspunkte direkt ein, in der Main Phase 2 setzt er noch einmal seinen Punishment und übergibt an uns, wir sind wieder an der Reihe und haben jetzt noch einmal unseren Port of Everest nachgezogen, das ist jetzt natürlich insane, das heißt wir können jetzt alle unsere Exis Monster wieder recyceln, ich nehme jetzt meine 5 Zulia Monster zurück, kann sie wieder recyceln und kann oben rein nochmal zwei Karten ziehen, das heißt das Ganze war jetzt eigentlich ein riesen Plus für uns, machen dann weiter indem wir unseren Nawal beschwören und Sammler aktiviert aber dann gleich sein Dogmatica Punishment, wirft eben den Gravity Controller von seinem Extra Deck auf den Friedhof und kann unseren Nawal so zerstören, allerdings triggert dadurch den Effekt von Nawal und wir können uns eben ein weiteres Stabrigal von unserem Deck auf die Hand holen, hier habe ich leider einen Fehler gemacht und habe den doch Fraktal genommen statt den Keras, aber ja, wir haben nochmal zum Glück unsere Zulia Barrage auf der Hand, die aktivieren wir dann auch und an der Stelle gibt er dann auf, meiner Meinung nach etwas zu früh, aber es ist eben wie es ist. Das zu unseren Replays, ich muss sagen, ich finde das Deck derzeit ziemlich cool, Zulia ist eine richtig starke Karte, die wir jetzt hier in diesem Deck zu seinem vollen Potential ausnutzen können, auch die Kombination mit der Mine finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Preislich ist das Deck leider etwas teuer, wir befinden uns hier in einem Bereich zwischen 300 bis 400 Euro, falls du die komplette Deckliste dazu sehen willst, dann schau doch gerne im ersten Teil unserer Series vorbei, ich werde es hier oben und am Ende des Videos verlinken. Falls dir das Video gefallen hat, denke bitte daran, diesen Kanal zu abonnieren, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.